Und wieso fotografierst du ihn? Ich weiss nicht, es hat einfach einen Überfluss an alles. Mit dem Internet und allem. Nicht mehr, wo ich fotografiert habe. Ich habe noch die erste Spiegelreflexkamera gekauft auf Sky. Aber ich muss natürlich dazu sagen, der Alf ist da vorne gewesen und der war ein guter Kollege von mir. Der hatte einen Fotoladen in Julika, weil es länger ist. Und so bin ich auf das Fotografieren gekommen. Und nachher habe ich irgendwie... Ich habe Fotos gemacht, wenn ich die Chatterace gemacht habe. Und heute kann ich die Erinnerung und die schönen Fotos einfach runterladen. Aus dem Netz. Aber Handy machst du ja gleich? Ja, manchmal einfach gute, lustige Sachen.